Du hörst tägliche Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Wähle auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Und aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Lukas 6, Vers 45 Die Zunge gibt das wieder, was in unserem Herzen ist. Nicht ohne Grund heißt es, wir sollen eben genau darauf achten, was wir in unser Herz lassen, weil von ihm geht das Leben aus. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Sprüche 18, Vers 21 Unsere Zunge entscheidet ständig über Segen oder Fluch in unserem Leben und über unsere Ernte. Schwere Beleidigungen ziehen wie ein starker Magnet weitere Ungerechtigkeiten und Beleidigungen an. Klatsch und Tratsch, ja, damit verhält es sich ganz genauso. Es ist Sünde, dies zu tun, über andere Menschen zu richten. Und wichtig ist, dass wir verstehen müssen, dass der Feind immer versucht, uns dort hineinzuziehen. Dass der Teufel immer versucht, uns darin zu verwickeln. Andere Menschen mögen uns verletzt haben, ausgebeutet, ausgeraubt. Doch achte vor allen Dingen auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Die Ausprägungen von dem, was eben an Schuld, Sünde, Rebellion und Verletzungen in unserem Herzen sind und somit auch in unserer DNA. Sie bestimmen am Ende darüber, was unsere Zunge redet und wie viel Kontrolle der Heilige Geist darüber hat. Was wir in unserem Leben an Frucht haben, ist eben Ausdruck von dem, wie stark wir schon in diesem Prozess der Reinigung und Heiligung eingestiegen sind. Wie sehr der Heilige Geist uns Offenbarung darüber gegeben hat, in welchen Bereichen unseres Lebens wir eben noch Sünde bekennen müssen. Sünde zu bekennen, ist etwas Notwendiges. Denn wenn wir sie bekennen, so ist unser Vater treu und er vergibt uns. Er hat uns den Vorschuss eben in Christus Jesus schon gegeben. Er hat alles schon getan. Das Lösegeld ist schon bezahlt. Doch durch diese Tür des Kreuzes, der Heiligung, der Reinigung, durch diese Tür sollen wir gehen. Manche Menschen nehmen eben kein Blatt vor den Mund. Sie sind voll von diesen Samen ihrer Vergangenheit. Noch nicht erneuert in Christus Jesus. Solche Menschen lästern und fluchen. Sie verursachen Spaltungen und verletzen andere. Als hätten sie statt der Zunge einen Dolch im Mund. Sie haben extrem negative Einstellungen und fangen an, andere Menschen durch ihre Emotionen zu manipulieren. Von den vielen Ungerechtigkeiten, von den zahllosen Beleidigungen, die sie selbst schon einstecken mussten und die sie beständig plagen, kommen eben diese Verhaltensweisen aus Schmutz und Dreck heraus, die auf sie geworfen wurde oder sie vielleicht auf sich selbst geladen haben. Dies verursacht einen zerstörerischen Teufelskreis von Einstöcken müssen und Austeilen von Beleidigungen und beleidigt werden. Menschen, die selbst abgelehnt wurden, scheinen mehr und mehr Ablehnung auf sich zu ziehen. Das geschieht eben zum Teil deshalb, weil sie in diesen Netzen der Beleidigungen und aber auch ihrer eigenen Beleidigungen anderer gegenüber gefangen sind. Es wird ein geistliches Gesetz wirksam. Und wir müssen aus dieser Kraft heraustreten und die Sünden bekennen. Ja, auch wenn wir dachten, wir wehren uns doch nur, ist es eben Sünde. Und egal, wie du missbraucht wurdest, emotional, vielleicht sogar sexuell, geistlich, wirtschaftlich oder durch körperliche Misshandlung, du sollst nicht weiter ein Opfer bleiben. Du sollst nicht länger Magnet für Missbrauch, egal in welcher Form sein. Es ist so wichtig, dass du jetzt heraustrittst. Haben denn keine Erkenntnis, die Böses tun, die mein Volk fressen, als essen sie Brot? Gott rufen sie nicht an. Psalm 53, Vers 4 Doch du sollst diesen Kreislauf von Beleidigungen und Lästerreden durchbrechen, indem du dein Herz prüfst und ausfindig machst, woher das alles stammt. Wann du was in dein Herz gelassen hast, weil du es eben nicht besser wusstest und wann du wie reagiert hast. Wenn Jesaja 1, Vers 16-17 steht, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Und so, lass uns gemeinsam beten, auch für andere Menschen, die dort feststecken und die noch nicht sehen oder hören können. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Ich danke dir, dass du mich durch dein Blut reinigst. und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mir Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit gibst. Heute, Heiliger Geist, offenbare mir, was tief in meinem Herzen verborgen ist und mich dazu bringt, über andere zu reden, zu beleidigen, zu lästern, führe mich an die Wurzel dieses Übels, bring das Blut Jesus Christus dorthin. Und Jesus, bitte, führe diesen Teil von mir zurück zum Vater. Setze diesen Teil von mir zu dir in die himmlischen Regionen. Denn ich rufe nach Erlösung und nach Gerechtigkeit. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. und nach Gerechtigkeit.